Scheiß Katze, du hast mein ganzes Leben zu stört. Ich würde dich ein bisschen in die Hals umdrehen. Ja, du brauchst gar nicht so süß zu gucken. Du kannst schön zu Hause bleiben. Ich schwere dich in den Keller ein und werde dich mit dem Hund einsperren. Und er kann dich dann ankacken oder so. Weißt du, wie ich meine? Kalle! Scheiß Katze. Ja! Hallöchen! Wie geht's euch? Wie geht's dir vor allem, Kalle? Hast du Zorn gegenüber dieser Katze? Ja, 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 scheiß Bus Simulator. Lustig, Katze machen es viel. Hast ja gestern wieder gespielt, ne? Ist ja auch scheißegal. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge SGHK mit SGHK. Hanno ist dabei, Kalle ist dabei, Gnu ist dabei. Wir sind heute in Demonologist. Wir haben Bock. Und Gnu hat sich tatsächlich umbenannt auf YouTube, auf Twitch. Sie heißt jetzt tatsächlich LikeMyStyle23. Herzlich willkommen, LikeMyStyle23. Na, wie geht's dir? Super. Ich bring's auch ganz anderen Content. Ja, super. Und zwar ab heute auf Schwäbisch. Ja, perfekt. Nur, hab ich auch ne Glatze? Ja, ja, hab ich ne Glatze? Alter, bitte. Sag mir, ich hab keine Glatze, bitte. Ja. Oh! Oh! Ey, Gnu ist so blöd. Wir sind alle drei Michael Schofield von Prisoners Game. Nu und die Drillinge, Junge. Ja, mann, tolle Serie. Prisoners Game. Max, könntest du mir ein Drink von der Bar bringen? Prisoners Game, Junge! Wie bitte? Könntest du mir ein Drink von der Bar bringen? Auberwort? Bitte? Ich finde immer, wenn Max dieses scheiß Zauberwort einfordert, hat man einfach keinen Bock mehr auf die Situation. Das, was hier steht, musst du vorlesen. Ich hätte gerne Give Me Beer, please. Oh mein Gott! What the fuck? Give Me Beer, please. Äh, Play Piano, du Stück Scheiße! Nein, ich bin, ich bin, ich bin. Achtung. Give Me Wodka eh, please. Ja, scheiß drauf. Äh, Gnu, wollen wir mal eine Runde starten? Was müssen wir dafür machen? Äh, für die, die es nicht wissen, Demonologist ist ein Spiel ähnlich wie Phasmophobia. Ist das 80. Spiel wie Phasmophobia. Äh, nur ein bisschen anders. Das ist so eine Grafik. Ich weiß nicht, Gnu, gibt's noch krasse Unterschiede? Äh, es ist, es ist viel krasser. Es ist viel krasser, sagt Gnu. Da müssen wir drauf hören. Das ist, finde ich, mit Ghostwatchers eines der coolsten Geist der Games. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon mal eine Runde mit Maluna gespielt. Die Jungs sind da hinten an der Bar und haben Spaß. Yo, Leute. Jimmy, Whisky Cola. Leute, Leute, Leute. Like Master, Like Master 23 hat gerade wirklich... Oh, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Vielleicht ist er griechisch. Warte, vielleicht ist er griechisch. Enas, Bira, Paracalo. Katakalo. Unas, servessa, por favor. Nein, nein, vielleicht hat er kein Bier. Äh, Was ist los mit Like Master 23? Like Master 23 wird ungeduldig. Naja, aber es ist ja deine Aufnahme. Also du kannst ja machen, was du willst. Und dein, es ist ja dein. Ich schaff die Scheiße jetzt. Also ihr gebt mir da. So, drückt mal alle ready jetzt hier. Like Master 23 und ich. Eine E-Mail. Also vier Zigaretten, ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Leute, jetzt denkt doch mal an Like Master. Ja, Like Master. Ich hab's nicht beschieben. Like my style, so. Wie mach ich ready da unten? Oh. Perfekt. Alter, ist das bescheuert. Ja, das wird ja wieder ein Unfall. Alter, in der letzten Folge Phasmophobia haben wir einen Vlog gemacht. Und in dem Sinne, meine Freunde, Jo. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute schauen wir in ein verfluchtes Haus. Mit dabei Like Master 23. Ja. Hello. Hey. Ich bin auch dabei, Freunde. Jo. Und wer ist das? Calico Schnizzel Pizzle. Heute werden wir ein paar Geister ficken. Wollen wir? Let's fixe Geister, Digga. Like my style, wie sieht's aus? Hilfe! So, äh, was? Ey, Like my style, kannst du mir mal die Gäste hier erklären, Digga? Alter, wir sind in der Zyklon-Street, Alter. Aber nur, wenn ihr zuhört. Ja, okay, lasst uns, ey. Henno, komm mal wieder jetzt. Komm mal wieder, bevor wir jetzt irgendwas machen. Scheiß auf den, nein, scheiß auf den. Okay, erzähl. Like my style, komm her. Okay, also. In dem Game ist es nicht nur so, dass man Geister ermitteln muss, sondern es ist auch ein Ritual. Was passiert da? Oh, guck mal, da kommt jemand über die Straße. Achso, das ist Max. Leute, das war so, du lachst einfach nur. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab zweimal Zimmer Service gesagt, ich hab, weil wir springen mir eine Oma ins Gesicht. Ich stand im Fuhr. Oh, ich geh nochmal rein. Jetzt, komm mal her jetzt hier, Max. Zimmer Service? Digga. Okay, like my style, jetzt, jetzt Zimmer. Zimmer Service? Nur auf einer Skala von 0 bis 3. Wie viel Bock hast du noch, mit uns aufzunehmen? Ich glaub, die Zahl ist gar nicht auf der Skala. Jetzt erzähl. Weniger ist. Nein, ich hab euch lieb. Ähm, genau, also. Das ist nicht nur ein Geistermitteln, sondern man muss auch Rituale durchführen. Ähm, das Ding hier, was ich, so eine Art EMF. Das ist, das ist, achso. Das sieht wunderschön aus mit der Kacke. Ja, das könnt ihr mal haben. Zack, Digga, let's go. Abgeluchst. Das ist eine Geisterbox. Ähm, da müsst ihr den halt fragen, when did you die, woran bist du gestorben? Ähm, du hast grad so eine Art Projektor, da sieht man den Geist durchlaufen. Aha. Ähm, okay. Und das hier würde ich auch mal mitnehmen, da siehst du quasi Flecken vom Geist, diese Uhr. Lass mal Flecken. Und ich nehme mal das Kreuz mit. Wenn also der Geist handelt, rennt ihr zu mir, dann kann ich euch retten. Ach, das ist ein Fahnenkreuz, ja geil. Genau, und das hier müsst ihr eigentlich Hanno nehmen, weil das ist so eine Art wie Geisterbuch, diese Leinwand. Ich, ich hol ihn mal, ich hol ihn mal. Ich hab der schon tot. Ich gucke mir das bei einer Kamera. Hanno! Und auf J könnt ihr wieder alles eintragen, wenn ihr unter, äh, Hanno! Hanno! Ja, Leute, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt einfach erstmal. Also Max ist entweder tot oder er versteckt sich in irgendeinem Schrank. Ja, scheiß auf Max, Digga, wirklich. Ja, aber wir brauchen ja die Sachen, also man muss ja was tragen, der Kacklappen. Ja, 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 ich hab jetzt hier, was hab ich hier... Max, äh, warte, bevor wir reingehen. Ja! Das ist mein Haus! Und in dem Sinne, mach mal ein YouTube-Intro, Max. Hä? Ich dachte, die Schule war voll gelockt. BIO! Willkommen zurück zum weiteren Vlog. Wir gucken uns das alles raus an. Let's go! Okay. Lost Places, been born. Warte, warte, ich hab hier EMF 3. EMF 4. Oh, nice. Hier im Flur. Oh, vier. Gibt's wieder einen Namen? Nice. Gibt's wieder einen Namen? Nee, ne? Äh, doch. Eigentlich schon. Ja, kann, kann jemand mal den Namen herausfinden? Ich würd hier einfach mal einen Vlog aufstellen und wir machen jetzt hier... A, 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 a. Was passiert? Was war das denn? Ich glaube, das muss man nachschauen. Der versteht, der versteht es auch, die Wege wieder zu machen. Ah, 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 ah. Oh mein Gott, Leute! Hier in diesem Raum ist ein Geist versteckt! Aber das war mir was! Leute, hab ich das nicht mehr 와. Ich würd mir mal kurz hier ne ibo reinhauen. Wo ist mein ibo? Mein ibo vergess. When did you die was? Könnt ihr das nicht? Ja, warte, ich guck, ich guck. Er kann das komplett im Arsch. Ach du Scheiße. Ey, habt ihr's nicht gehört? Hallo, ihr habt das alle nicht! Oder was? Where are you? Ey, da ist doch kein Schrank aufgegangen. Jungs, jetzt hupt hier einer. Oh, hier ist was im Spiegel. Ja, Blanky Rivers. Nee, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Blanky Rivers. Oh! Yo, Leute! Bloody Mary is real. Ich vergive away 2000 CSGO-Kisten. Ey, film mich, film mich. When did you die? Ja, das mitstärzt sich. Alles gut, ich mach nur einen Vlog. Ey, film mich. Ja, okay, warte. Und bitte. Ey, Leute. Eben grade im Badezimmer, ne? Bloody Mary an der Tür. Schüss gemacht. Spiegel, Digga, Spiegel, Digga. Komm mit, lass mal in den nächsten Raum. Lass mal in den nächsten Raum, komm. Hier, Gnu, Gnu tryhardt einfach parallel so hart rein. Das findest du geil, wie du am Tryhardt bist und wir bauen nur Scheiße. Wir bauen Licht an. Wir haben Gefriertemperaturen. Ja. Kann man den Evidence hinterlegen? Ist im Sommer ganz geil, wenn man Eiswürfel braucht. Genau, Freezing Temperatures. Ich hab bisher nur EMF4 gesehen. Beweise. Yo, Max, hast du nicht diese geile pinke Lampe? Guck doch mal nach Fingerabdrücken, mein Bray. Na, Digga, ich guck mal nach Fingerabdrücken. Let's go, ich film. So, wo war der Schmock mit seinem roten Licht hier? Der macht doch hier einen Pornofeder. Könntest du hier mal einen Defibrillator einbauen? Hier im Flur, im Flur, im Flur. Ja, ja, ja. Und bitte. Da ist ne Kamera, hallo. Mile. Cheese. Das wird's Thumbnail, Leute. Let's go. Let's go. Das ist unsere Kamera? Lieber Geist. Sag mal, let's go, give me the crown. Let's go, give me the crown. Let's go, give me the crown. Hier geht's nicht auf. Ist abgeschlössst. Hier vielleicht, hier ist gerade eine Tür aufgegangen. Ich hab ne Tür aufgemacht, ja. Ich hör hier jemanden lachen. Das war der Kalle. Hä, voll verarschtig. Where are you? Also ich hab hier nur ne... Okay, Kalle, du kannst mal dein süßes Leuchtdings auf den Boden packen. Wollen wir ein Mutprobespiel? Ja. Kalle, du gehst hier... Gibt's eigentlich... Wie meint das? Auf G oder F, glaub ich. Yes. Und wir brauchen noch den Leitwand. So, roter Keller. Ciao. Gehen wir nach unten? Was müssen wir mit dem... Sorry, nochmal. Was müssen wir mit dem Ding machen hier? Ja, das muss einfach nur da stehen und wir müssen gucken, ob da irgendwas... Hier kommt Rauch. Hier kommt Rauch. Das sind die Friertemperaturen, glaub ich. Das ist die Friertemperatur. Ähm... Okay. Ähm... Ja, wir gucken einfach mal, oder? Ich? Ja. Hier ist er noch nicht. Wo ist denn die Stube? Hier. Hier, komm Leute, Mario Kart spielen. Mario Kart. Mario Kart. So. Oh, hier sind Totenköpfe. Guck mal, hier. Äh, Call of Duty, ne? Alter, was ist denn hier los? Alter! Alter, Arminer! Leute, ich mach Vlog. Und bitte. Oh mein Gott! Das hab ich drauf! Was? Das hab ich drauf, Jungs! Was hast du drauf? Was hast du drauf? Was hast du drauf? Hier ist einer lang gelaufen. Der ist so hier zur Couch. Jo, ich hab's gesehen. Gnu! Gnu, ich glaub hier unten geht die Party ab. Ja? Ich glaub hier unten geht die Party ab. Hier war grad ein Geist und hier ist ein Buch runter geflogen. Ich schraube mir eine rein. Und? Hä? Gnu, 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 Gnu. Der Raum ist aufgeplatzt. What? Jo, hier geht's rein gleich. Was habt ihr gemacht? Ich geh rein. Was habt ihr schon wieder gemacht? Nichts. Ich geh rein. Ich vlogge. Ey, ist die Kamera an? Ja, ich film, ich halt drauf. So Leute, Achtung! Oh Leute, wir sind jetzt hier im Pharaonengrab. Ich geh... Wie heißt der Kerl nochmal? Tut eng am... Tut eng am Trey? Oh, hier ist eine Sicherungskasse. Alter, dicker! Alter, was ist das hier? Oh, Licht, Licht, Licht. Wow! Das ist gut für die Beleuchtung, Freunde. Okay, Leute. Maria Room. Maria? Brauchen wir einen Schlüssel hierfür? Maria Room. I love you! Das hat keiner noch gelöst, dieses Rätsel. Das hier? Vielleicht löst ihr... Ja, weil es ist ja irgendwie ein Schlüssel zu ihrem Herzen. Aber was heißt Maria Room? Die Tür ging nun bei niemanden auf. Maria! Korrigiert mich in den Kommentaren. Mach die Scheiße jetzt auf, Maria! Ich mein's ernst. Äh... Give me beer! Ich möchte Wodka! Ich möchte Wodka! Ich möchte Wodka! Limbo! Na, will er nicht. Ich... Ey, da hinten ging die gerade schon wieder. Wow! Oh, shit! Wow! Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Was ist passiert? Wo seid ihr hin? Das ist geil, Alter. Kalle, du musst nur so ein Spiel spielen. Wow! 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 Okay, kommt mal mit! Was ist hier passiert eben? Schreibt mal. Heftig! Ich filme, ich filme. Okay, das nächste sagt Sterzig. Ja. Was soll ich sagen? We will come for you. He, come. We will come for you. Wie Sperma. Abspritzen! So. Okay, jetzt bin ich. We will come for you. Hallo! Komm, du machst es. We will come for you. Okay, dann mach ich mal. Warte, lass mich mal. Warte, lass mich mal. We will come for you. We will come for you. We will come for you. Und das geht immer. Dann gehen wir wieder. Ahhhh. Hm. Oh, 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 oh. Ich hab's drauf, Freunde. Ich hab's drauf. Hast du drauf? Hast du drauf? Ich hab's drauf. Die hat gelacht. Das ist ein heftiges Spiel. Die hat gelacht, ne? Junge, Geist hat gelacht. Das wird so ein heftiger viraler Vlog, Freunde. Die Geist hat gelacht. Viral. Komm, lass uns noch mehr viral suchen. Aber gibt's hier unten was, was wir finden müssen? Hier, hier geht's auch rein. Ja, der Geist, der ist oben. Ach so. Der Geist könnte auch hier unten. Ach, ich dachte, das wär jetzt so ein Missionsraum hier. Hey, lass doch bitte erforschen. Hey! Oh, oh, oh. Hey, Kalle, kurzes Interview. Wie hast du dich dabei gefühlt? Hey, ich schwöre, es ist so nass und kalt hier drin. Und ein bisschen auch dunkel. Aber im Endeffekt, der Geist hat sich hier unten noch nicht gezeigt. Deswegen gehen wir, glaub ich, wieder hoch. Und Cut! Schönes Ding, Kalle. Schön. Cut. Die lass wieder hoch. Jaja, oben ist, glaub ich, hier der Geist. Der war hier ja im Wohnzimmer, hatte ja seinen Unfug getrieben. Immer. Ich hab ne Sammelstatur gefunden. Schön. Sag mal echt. Ja, ich hab's in der Hand, ich hab's in der Hand, dass eine Voodoo Puppe ist. Nimm's auch mit. Ich sterb, sterb, sterb. Wo ist der Block? Warte, 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 ich hol' raus. Warte. Und, bitte. Warte, mal, hier passieren Dinge. Jo, Leute. Ich bin grade in der Küche und hier ist ne Voodoo Puppe. Und ich werd' jetzt mal einen Nagel reinziehen. Einen Nagel ist drin, ein Nagel ist drin. Noch nen Nagel? Noch nen Nagel? Hast du drauf? Hast du drauf? Oh, fuck. Ey, 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 ey! Du haltest, du packest auf! Pass auf! Es flackert, Digga, es flackert! Hinter dir, hinter dir, Gnu! Hier, erhantet! Oh mein Gott! Ich bin so raus, ich bin so raus! Ich hab an, ich fäll' nach hinten! Ja, ja, und bitte! Okay, ich mach Öl zu für euch! NEIN! Warte, ich guck durch die Lücke die Treppe hoch, aber da ist ich nicht los. Da kommt! Da kommt! Okay, deaktivier ich den Lücke! Oh mein Gott! Ich geh ins Schlafzimmer, kommt rein, kommt rein! Da kommt der Glende! Oh mein Gott, wir sind so tot, ich schwöre! Mach doch Richter, mach doch Richter! Ich mach an, ich film, ich halt drauf, Freunde! Lass uns am Bett verstecken, bitte schnell! Ey, bleib mal draußen, wir sind nackt! Du kommst nicht! Wir sind nackt! Ey, like my style, du gehst vor! Nein! Okay, warte, 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 nee, like my style, bleib zurück! Ja, warte, ich opfer mich! Kalle, Kalle, mach, ich film! Ey, wie aktivier ich das Kreuz, wenn ich in der Hand hab? Ich hab's in der Hand, wie aktivier ich? Für die Klicks! Kalle, für die Klicks, geh raus, ich film! Ja, ja, ey Leute! Bei 2.100 Likes, ähm, dann würde ich hier jetzt wirklich durch die Tür gehen, aber mach das jetzt! Jetzt liken! Like jetzt! Okay, gut! Ey guys, wo bist du? Okay, sieht gut aus, halt noch! Er ist gar nicht hier! Ey, was denn? Geh die Treppe hoch! Geh die Treppe hoch, oder? Geh die Treppe hoch, wo du bist! Kann mir vielleicht einer von euch ein Lämpchen geben, das Violette? Äh, Max hat das, ja! Ey, Freundchen! Bitte! Danke! Äh, er ist gar nicht hier! Ja, ich glaub oben, wir müssen wieder oben gucken! Ja, der ist oben, der ist auch von oben gekommen! Also, wie gesagt, vorhin hatte ich EMF 4, das war halt nix! Aber, ihr habt schon gecheckt! Aber hier ist nicht Rambazamba, ne? Ah! Wow, 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 Baby, Baby! Baby, Baby! Oh mein Gott! Hier war grad ein Baby an der Wand! Aber hier ist nicht Rambazamba, oder? Geil! Leute, raus, Fingerabdrücke! Lasst's gehen, lasst's lieber gehen, oder? Ciao, ciao! Okay, beruhigt euch! Haben wir jetzt alles? Okay, aber, es war grad mies witzig, wie Kalle gesagt hat, hier ist nix los, ne? Und dann... Ja, ja, ja! Ich... So, okay! Genau, jetzt brauch ich mal kurz jemand von euch, Scherzig, schau mal in Geisterarten bitte nach! Ja, warte! Ghost Types! Hast du die Liste? Ja, ja, hab ich! Genau, also, was ist Revenant? Was braucht man für ein Revenant? Ich gucke, warte, warte, Revenant... Da! Revenant is known... Äh, hier, Freezing Temperatures, Fingerprint und Easel-Canvas-Drawing! Okay, das heißt, die Leinwand is eh oben, der Argasch... Der Ar... G... Arsch? Äh, Freezing Temperatures, Fingerprint und Ectoplasm-Stains! Das ist auch oben... Ah, ne, genau, das ist Ectoplasma-Flecken, das ist das mit dem Monocle, das hat einer von euch! Oni... Macht Kalle manchmal! EMF-Level 5, das kann's nicht sein, weil ich war jetzt oben bei einem dicken Dings und da ist nichts passiert! Ja, das kann trotzdem noch passieren! Äh, Ghoul? Oh, jetzt habe ich schon weggemacht... Äh, Ghoul, warte... Spiritbox-Response! Ja! Okay, Spiritbox... Äh, liegt hier, das ist aber auf keinen Fall, da hätte ich schon längst geantwortet, ich probier's nochmal... Äh, genau, das haben wir, also irgendeiner von euch hat dieses Ectoplasma-Dings, das ist dieses kleine Monocle, wenn ihr da auf die rechte Maustaste drückt oder so, dann schaut man da durch! Ja, ich hab das, aber ich hab da auch schon öfter durchgeguckt... Also keine Fleckis? Du magst ich halt drauf! Mhm... Also von Becken an der Wand oder in der Luft? Oh, Hanno ey! Oh, Hanno ey! Das ist einfach auf null! Was ein Opfer? Hanno, Hanno... 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 Hanno frisst mal die Tabletten, ja... Zu mir leid, dass ich das jetzt hier so öffentlich ansprechen muss, aber du hast Schaden... Ja... Reck mal Kind, Reck mal Kind, Reck mal Kind... Reck mal Kind, ja... Und, ist scheiß? Ah! Alter! Warum machst du die Kerze an, mein Kind? Ja, knack mal, knack mal auf hier! Hau die Pillen rein! Warte, ich film, ich film! Komm rein damit! Also... Leute, ich muss manchmal Anti-Aleikum-Tablette nehmen! Au! Hanno... Die hat gar nichts! Okay, wollen wir? Ja, also wie benutzt man das Monocle? Ich halte das jetzt so hoch und dann... Äh, was seh ich denn? Und wo sehe ich was? So an den Wänden oder in dem Raum oben beim Geist, komische Flecken, die fallen sehr auf. Sieht aus wie ein Zwölfjähriger, der allein mit seiner Socke gelassen worden. Eieieiei! Schön gefällt! Und damit... Woher are you? Guck mal nicht da, Läger! Hey, schnitt sich hier! Guck mal! Guck mal! Aber hier ist doch ein Drawing, oder? Äh, hier, ich hab die Puppe gefunden, ne? Ich hab die Puppe gefunden, ne? Hey, ich weiß nicht, was ich hier in der Hand hab. Vielleicht ist das nicht... Wer ist einfach mal hin? Wer ist einfach mal hin? Das ist, äh... Nimm du, nimm du. Junge, sie steht ja, überhaupt fast ein Puppe. Ich glaub, die Ecoplasma-Stains sind halt irgendwo... Können auch glaub ich ein Keller sein. Ich weiß es nicht. Hey, wieder. Kommt immer... Kommt immer wie ne Katze auf. Baa! Und das heißt, du runter gehst, in eine Fuhr... Ja, also, ich glaub gar nicht... Hier, dann retten wir hier hin, bitte. Ah! Ah! Da oben ist wieder was? Oder? Hey, die sterben so drauf. Doch, ich hab doch geschrien! Halt drauf doch. Hey, lass den Stuhl hier vor! Du bist so total abgehärtet! Du hast gar keine geschrien! Nein, ich... Das stimmt. Ähm, ich wollte eigentlich nur gucken, was passiert. Das wär schade. Das wär richtig witzig, hättest du noch Nägel, Bro. Das stimmt dich nicht! Ja, ey. Ey, lass hier Nägel aus dem Gebäck ziehen! Warte mal, was? Weißt du, meine biologische Uhr tickt irgendwann... Achso, ich dachte, du leagst hier gerade, dass du... Achso, nein, oh Gott, das ist mir... Nein, oh Gott, das bin... Also, nicht vor zwei, drei Jahren jetzt. Du bist schwanger. Na ja. Du bist schwanger. Hast du drauf? Hast du drauf? Ich hab drauf. Du brauchst das... Ah! Scheiße. Digga, wie er rennt, wie er rennt. Ja. Ich hab keine Ahnung, aber es lässt meine Eierstöcke platzen. Moin. Alles gut. Ich guck mal nach wie... Ähm. Jemand Lust auf ne Räucherkerze? Ja, ich bitte. Oh, du! Hallo! Ich brauche... Warum macht er das immer? Warum macht er das immer? Warum macht er das immer mit dem Babys? Weil der Akku ist und uns gleich tötet. Es schreit mal noch gar nicht in dieses Kack-Ding hier rein. Der hat die Tür zugemacht. Der hat die Tür zugemacht. Oh, 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 lauf, 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 lauf. Wo ist Gnu? Warte mal, Gnu? Ach, du bist hier vorne. Like my style. Ja, ciao! Du sagst gar nichts, ne? Du denkst nur an dich grad. Ja, das hat jeder für sich. Lass du schnell zu machen. Nimm Kalle, nimm Kalle. Kalle, Kalle, geh raus und klär das. Kalle, geh raus und klär das. Richtiges geplatzt. Kalle, klär das für die Likes. Kalle, geh raus für die Likes, klär das. Danke für 200.000 Likes. Klär das jetzt. Beim nächsten Video beleben wir mich wieder. Bleibt bitte dran. Bis gleich. Hallo? Wo bist du? Hey, komm mal her. Er ist gar nicht hier. Das will ich nicht. Wenn du vor den Tod gehst, darf ich deinen Gegenstand haben. Ja komm, ich bin nach oben. Ich geh vorn. Lass mich vorgehen bitte. Du kannst das ja filmen. Wie ich jetzt abgefuckt wird. Kalle, wie fühlst du dich? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier ist auf einmal die Tür auf. Die Kacke auf dem Boden, ne? Lass mich vorgehen bitte. Was? Äh, ja. Ich geh jetzt hoch und töte ihn. Ich glaube, hier wohnt er. Hier wohnt er. Lass ihn töten. Gnu. Er malt nicht drauf, er macht nichts. Ich glaube, dass die Ektoplasma-Flecken nur zu sehen sind, wenn ihr mal durch diese Ding glopft, durch diese Videokamera. Was? Ja, soll ich mal machen? Machst du das? Ektoplasma-Flecken, ich dachte durch wegen dem Kompass. Machst du den Nachtsichtmodus mal an? Hast du da schon irgendwas gesehen, Digga? Nachtmodus? Ja, wie geht das? Warte, ich mach mal Licht an, auf links oder rechts, glaube ich. Ich bin da, wenn er kommt, kann ich ihn abwehren. Ne, der macht nichts, Nachtmodus. Also ich meine, ich kann da so eine Kamera hier aufstellen, weißt du? Also ich kann die halt hier hinstellen. Aber das war's ja. Ja, aber da müsstet ihr in den Raum schauen. Kannst du die nochmal hinstellen? Oder ansonsten, nimm du mal das hier und ich nehm mal das. Ja. Aber wie gesagt, hat er keinen. Hallo? Gib mir ein Zeichen, Arsch. Blöder Geist. Äh, also ich glaube... Ein Ei? Also EMF sagt, so kann es nicht sein, ne? Eine Ibuprofen? Äh, ja, richtig. Oh fuck. Hallo, Geisti. Ja, ja. Sind die Eco-Flektro-Plasma-Flecken? Das ist doch nicht durch. Du ist es kack genug. Ah, der ist 100 pro hier. Also irgendwas fehlt noch. Fingerabdrücke. Also EMF schließt du aus. Was? Ja, also das liegt ja auf dem Boden. Das hat immer nur EMF... Hier wirst du sein. Show yourself. Okay. Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Hier wirst du sein. Hier wirst du sein. Ich habe hier oben einen Wix-Fleck. Ah, hey, hey! Ich habe einen Wix-Fleck. Ja, echt? Ja! Oben an der Wand Wix-Fleck. Ah, oben? Ja, Mann. Das hat Rischwald gemacht. Nice. Junge. Ey, du musst mich doch auf. Wix-Fleck, Freunde. Wix-Fleck, eintragen. Nein! Nein! Was? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er hat nicht gehandelt. Doch! Max wurde gerade gehandelt von dem. Ich glaube, Max ist nicht gestorben. Ich glaube, Max ist unten in den Keller gelaufen. Aber der war gerade da. Der hat ihn gehandelt. So. Dann kriege ich die Tür auch nicht mehr auf. Es ist ein Argarf. Ihr müsst alle mal den Argarf bestätigen, bitte. Ey, wir vermissen gerade Max. Scheiß mal auf den Geist. Ich glaube, das war Max nicht gehandelt. Er ist gerade gestorben oder so. Er hat nicht gehandelt. Doch! Max wurde gerade von dem FIFA-Fleck. Ich habe es gesehen. Ist auf der Aufnahme. Max! Komm hoch! Ist vorbei! Okay! Er versteckt sich hier irgendwo, der Brenner. Da ist er noch. Ich habe es gesehen, nicht die Tür. Ich konnte nicht schwimmen. Da kam die Treppe runter. Ich habe ihn gesehen. Komm, lass bitte schnell raus! Komm, lass einfach raus. Komm, komm. Gehen jetzt, oder? Jaaa! Lass, Lack mal Style drin. Lack mal Style. Also, Argarf auswählen, Max. Ja, ihr müsst Argarf auswählen. Du musst auf die... Was ist das? Du musst auf die Evidence und dann musst du den Geist auswählen. Und confirm. Geil. So, jetzt haben wir optionale Ziele. Ne, weg hier! Weg hier! Weg hier! Raus! Okay. Dann kommt mit. Auf! Weg hier! Die Scheiße brauche ich nicht. Alter, was im Vlog, Freunde! Du, hast du noch die Kamera, Gnu? Die ist oben. Ach, Scheiße. Ja, dann halt kein Outro. Machen wir zu Hause. Apart. Los, Hände schon wieder. Hier. So. Haben wir gewonnen? Und? Ja, Mann! 900 Tacken, Leute! Das finanziert die nächste Reise. Aber wir haben alles andere verkackt, oder was? Ne. Aber wir müssen halt eigentlich noch den Geist austreiben, damit es ermittelt. Aber wir haben ihn ja nicht ausgetrieben. Ja, aber, Digga. Ach so. Ja. Ich dachte, das waren jetzt nur optionale Ziele. Nein. Wir müssen das Ritual machen. Da gibt es noch zwei Stück. Warum sagst du nichts? Like my style! Ach so! Hab ich doch! Ja, ey. Vielleicht machen wir es einfach in der nächsten Folge. Ey! 20.000 Likes ist das Ziel! Bei 20.000 Likes für Giveaway ich Kalle! Bis zum nächsten Mal! Morgen geht es weiter bei Kalle! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.